Moins und Freunde was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche jeden einen schönen ersten Weihnachtstag. Ich hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachten mit euren Familien. Ja heute habe ich gesehen dass es mal trocken bleiben soll. Es ist mega windig aber ich musste heute endlich mal wieder raus fahren. Ich war jetzt schon seit Monaten nicht mehr auf dem Bike. Das hat mich jetzt einfach richtig hingezogen. Ich musste jetzt auf jeden Fall wieder auf den Bock meine Runde drehen. Wird jetzt wahrscheinlich nur eine kleine Runde. Weil ich mir gleich richtig einen Abfrier. Aber dafür bin ich am Ende des Tages glücklich. Ja Freunde so langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende. Und ich wollte jetzt am Ende des Jahres noch so ein paar Highlights reinbringen die ich dieses Jahr erlebt habe. Deswegen viel Spaß und legen wir einfach los. Los jetzt. Ok. Scheiße mal was ist das für ein Bild auf dem Tank? Warte los. Genau. Das Bild auf dem Tank. Das ist... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020